In der Schlacht auf dem Kribavar-Feld standen sich am 9. September 1493 in Delika kroatische und osmanische Truppen gegenüber. Unter dem Kommando des bosnischen Sens-Shakbais Hadom Jakub Pasha besiegten die Osmanen die kroatische Feudal-Armee unter dem Befehl des kroatischen Bands Emerik Derensen. Das Kribavar-Feld liegt am flussgleichen Namens nahe der Stadt Adbina. Vorgeschichte Im Spätsommer des Jahres 1493 überschritt Hadom Jakub Pasha mit ca. 8000 Kämpfern die Flüsse Una und Kupa fiel in die Steiermark ein und verwüstete dort die Städte Zili und Petau. Auf dem Rückzug nach Bosnien verwüsteten die Türken das kroatische Sargoye und Brandschatzen die Stadt Modrus. Nach den Aufzeichnungen eines türkischen Geschichtsschreibers traf Hadom Jakub Pasha auf einem Gebirgszug auf das kroatische Heer. Das ihm den Weg versperrte. Weil Hadom Jakub Pasha befürchtete, dass ihm Truppen aus der Steiermark nachsetzten, wollte er den Rückweg nach Bosnien freikaufen und bot Bahn-Emerik Derensen Geld an. Derensen war jedoch von der Überlegenheit der kroatischen Truppen überzeugt und nahm außerdem an. Die Türken könnten durch den Rückzug erschöpft sein. Er forderte daher gegen den Rat des kroatischen Adels die Freilassung aller aus der Steiermark und Krain verschleppen und die Herausgabe der Kriegsbeute. Das lehnte Hadom Jakub Pasha ab. Während die Verhandlungen über den Losgauf der Gefangenen noch liefen, nutze der Pasha die Situation zu seinen Gunsten aus, um sich aus dieser für ihn und seine Streitkräfte misslichen Lage zu befreien und gab seinen Truppen den Befehl, über das Kröbavar-Feld zu marschieren. Als deren Sinn von der neuen Route der Türken erfuhr, versammelte er die bis dahin untereinander zerstrittenen kroatischen Adligen Ivan Frankopan-Zetinski, Bernadin Frankopan-Motrashi, Nikola Frankopan-Tracki, Carlo Gozic, Peter II, Zetrinski, Banfonjaitz Euraj-Flatkovic und andere mit ihren Aufgeboten auf dem Kribawa-Feld. Die kroatischen Streitkräfte bestanden aus 3000 Reitern, 2000 Fußsoldaten und aus 3000 bis 5000 schlecht bewaffneten und militärisch wenig geübten Bauern. Man entschloss sich die Türken frontal in drei Treffen anzugreifen. Die erste Gruppe bildete das slavonische Aufgebot unter dem Befehl von Ferdinand Berislavich. Die zweite Gruppe wurde von Ivan Frankopan-Zetinski und Ban Mihailo Petkajou geführt. Die dritte von Nikola Frankopan-Tracki mit Bernadin Frankopan-Motrashi. Den Kern jedes Gor bildete die Reiterei des Adels, der jeweils Einheiten aus Fußsoldaten und Bauern beigegeben wurden. Als Hadum Jakub Pasha das Kribawa-Feld erreichte, erkannte er, dass dem Kampf nicht auszuweichen war. Und ließ zuerst alle wehrfähigen Männer aus der verschleppten Zivilbevölkerung ermorden. Um einen Frontalangriff der Kroaten zu vermeiden, lockte er diese auf das flache Kribawa-Feld und ließ sie dann aus dem Hinterhalt von allen Seiten mit seiner schnellen und beweglicheren Reiterei angreifen. Auch die türkischen Reiter waren in drei Gruppen aufgeteilt. Eine Abteilung wurde vom Sanzik-BEG Ismail aus Kusevac geführt. Die zweite von Kale Riyemey mit BEG-Stadthalter in Skopje. Die dritte schließlich von Hadum Jakub Pasha selbst Schlachtverlauf. Die Schlacht begann in den frühen Morgenstunden des 9. September 1493 mit dem Angriff der türkischen Truppen unter Ismail Bay. Ban-Emerik Derenzin kam mit seiner kroatischen Streitmacht in die flache Ebene hinab und griff die Türken an. Nach kurzem Kampf zog sich Ismail Bay zurück, die Kroaten setzten nach und gerieten in den geplanten Hinterhalt. Vom Fluss Kribawa ausgriffen nun die Truppen Mehmet-Beis an. Kurz darauf wandte sich auch Ismail Bay wieder gegen die Kroaten und Hadum Pasha ging frontal auf die kroatische Streitmacht los, die nun hilflos eingekreist war. Der frühe Tod von Juraj Flatkowitsch und Ivan Frankopan-Zetinski gleich zu Beginn der Kampfhandlungen brachte Verwirrung in die Reihen der kroatischen Soldaten. Als dann noch Bernardin Frankopan von Modros vom Schlachtfeld floh, war der kroatische Widerstand gebrochen. Ban-Emerik Derenzin, Nikola Frankopan von TRZ und Carlo Gosic wurden gefangen genommen. Auf Seiten der Kroaten waren die Verluste sehr hoch, auch wenn genaue Zahlen nicht bekannt sind. Fest steht jedoch, dass auf dem Kribawa-Feld das kroatische Adelsaufgebot praktisch zerschlagen wurde. Abgesehen von den Streitkräften des Bischofs von Ninn und der Adelsfamilien Zetinski und Frankopan hatte Kroatien keine Truppen mehr und war nun besonders auf die Hilfe in der Rösterreichs angewiesen, weil auch der ungarisch-kroatische König Wladyslawi Punkt nur wenig zur Abwehr der Türken aufbieten konnte. Geschichtsaufzeichnung durch Chronisten Über den Ablauf der Schlacht auf dem Kribawa-Feld bestehen einige historische Niederschriften von beiden Seiten. Die am meisten erwähnten Augenzeugenberichte stammen aus der Hand des Bischofs Juraj Divnic aus dem erloschenen Bistum Ninn und aus der Hand des Pfarrers Martinak wie auch des venezianischen Gesandten Antonio Fabregis und von einigen türkischen, Leider nicht namens bekannten Chronisten, der Bischof Juraj Divnic von Ninn schrieb an Papst Alexander VI. über die Schlacht. Heiliger Vater, ich denke, dass eure Heiligkeit über die tragischen Geschehnisse der verlorenen Schlacht der Christenheit auf dem Kribawa-Feld benachrichtigt wurde, somit auch über den Untergang der kroatischen Länder Slavuniens und Pannoniens, welchen die Feinde unseres Glaubens verursachten. Ich betrachte es als mein gläubiges Bemühen, dass auch ich eher von Tränen betrübt euch mit meinem Schreiben mitteile, wie sehr viele von uns die Vernichtung ertragen mussten. Innerhalb meines Bistums wurde die Schlacht geführt, aus dem der Großteil der getöteten Herstamen. Und all dieses habe ich sehr betrübt verfolgt, wie auch daran teilgenommen. Des Weiteren schildert er über den Verlauf der Schlacht. Am 9. September um 6 Uhr in der Früh auf dem Kribawa-Feld unter der Stadt Adbina, von wo aus man nicht lange nach Dalmatien benötigt, rief der Bahn-Emerik Derenzen freudig aus, möge der Herr unserem Vorhaben gnädig gestimmt sein. In diesem Augenblick waren die Türken eingekreist gewesen und leicht zu schlagen. Doch den Hinterhalt erkannten die Unsrigen nicht. Als die Türken sich unerwartet in drei Gruppen geteilt hatten und die Unsrigen einkreisten und den Kampf für sich versuchten zu wenden, den Unsrigen gefrohr das Blut in den Adern. Viele unserer wurden durch die Kavallerie in beider Streitmächte zu Tode getrempelt. Der Kampf wurde nun Mann gegen Mann aus nächster Nähe geführt. Trotzdem waren die Unsrigen siegessicher und schlugen sich tapfer, doch das Schicksal wollte es anders. An diesem einen Tag auf engstem Raum wurden 13.000 gefangen genommen oder umgebracht. Es liegen massenhaft Leichen auf beiden Seiten, über die sich die Tiere hermachen und keiner ist da, der sie erfürchtig begraben könnte. Wer soll über diese Schmach berichten? Den Türken schien dieser Triumph nicht genug, sondern damit sie ihn vorweisen können, schnitten sie den Toten die Nasen ab, um ihrem Herrn den Beweis somit darzubringen. Wann im Erik Derenzen wurde gefangen genommen und verschleppt, zuvor heben sie seinem Sohn vor seinen Augen den Kopf ab. Folgen Über die Bedeutung der Krava-Schlacht bestehen in der jüngsten kroatischen Geschichtsforschung unterschiedliche Betrachtungen. Viele kroatische Historiker deuten die Schlacht als ein eher unwichtiges militärisches Ereignis. Hinsichtlich der historischen Bedeutung für Kroatien ist die Schlacht ein Umbruch in der Geschichte dieses Volkes. Die Schlacht war der letzte Versuch der Kroaten, eigenständig ohne Hilfe anderer Großmächte wie zum Beispiel Ungarns sich gegen die Osmanen zu behaupten. Der kroatische Adel hatte nach der verlorenen Schlacht auf dem Kribava-Feld nicht mehr die Kraft, sich gegen den weiteren Vormarsch der Türken Richtung Europa zu wehren. Es folgten mehrere kroatische Emigrationswellen aus dem Gebiet der Lika. Diese Entvölkerung vor dem Hintergrund der beständigen Türken Gefahr brachte eine deutliche Veränderung der Bevölkerungsstruktur mit sich, indem sich zunächst wallachische, später serbische und ruthenische Gruppen aus den türkisch kontrollierten Gebieten ansiedelten. Die verlorene Schlacht führte zum Zerfall der kroatischen Länder. Die bisherige Einheit war über Jahrhunderte verloren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017